so die sieglinie reine fünfer um da wird ich wohl das immer side scrapping doch noch ein bisschen hinbekommen und gucken wir mal excelsior kv 1 auf der anderen seite dass mir die auch ärgern die einseh wir schon da und kv 1 okay wir haben die einzige ok leute konzentration ein leiden wie bauchweh jetzt habe ich da rechts weggetankt trotzdem links ja Da war es doch, entweder ich bin dabei gleich hier, aber gleich mit Wein, weil sonst 1-1-4 Oh. Ich seh sie nicht, werde aber beschuldet. Okay. Waren wir hinten rum? Idiot. Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Wieso fahr ich da auf die Ecke drauf? Dann wäre ich doch bloß krank geblieben. Ich seh sie nicht durch. Leute, kotzt mich das an, dass ich zu doof bin, um das Spiel zu spielen. Also ich nicht der Beste bin, das weiß ich auch, aber ich habe es irgendwie besser unter Kontrolle gehabt. Aber heute ist es echt. Ich würde noch mehr fluchen, wenn ich nicht hier live wäre. Ja. 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 Was soll ich denn nur machen? Was soll die Stimmung denn? Der M10 hat gut gefressen. Der M10 ist auch draußen. Der M10 hat gut gefressen. 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 Na, was ist los? Internet, hallo? ok abgeschmiert keine verbindung zum server möglich passt mein internetanbieter der macht momentan irgendeine umstellung und er hat gemeint er nimmt hier mal zwischenpause ein egal mein kotten gefecht habt ihr halt nicht gesehen nein er war ja schon tausend deswegen dann geht es hier weiter manometer heute passt so also ich habe einen brief bekommen vom anbieter das umstellen aber die wir werden nicht davon betroffen sein das heißt wir werden nichts mitbekommen es läuft alles im hintergrund ab ich muss nur irgendeine ip-adresse und registratoren was weiß ich punkt also f auf recht wir haben so eine langsame verbindung teilweise tagsüber unglaublich und ihr kriegt sie hier schon mit recht rechtlich ich weiß gar nicht leckt ihr arg oder nicht oder was auch immer weil habe ich schon befürchtet obwohl ich gestern live stream hatte mit dem simon da hat mir da tatsächlich gut geklappt ja mal abgebrochen aber jetzt hier das ist Dann komm, geh vor. Dann lass dich doch ausnehmen, du. Jetzt kommt der KV-2. Okay. 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 Jetzt ist es nicht nach... in der Hausnummer. nicht ganz so schlecht dass ich nochmal der erste schritt richtung ok passt aber auch nur weil ihm so gut ist ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Alle auf der anderen Seite 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 Wenn ihr das alles auf YouTube seht Schreibt mir mal in die Kommentare wie es bei euch gerade läuft Siegesdade ist ja gut Aber da ist meine Beteiligung noch zu gering Noch zu gering Noo Oh... Oh... 428 Aber wenn ihr seht, ist das noch der Anfangspunkt? Oder will ich mich? Auf! 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 Was sonst noch nicht reinkommt In 5 Auf! 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 So, rausgenommen. Ab nach hinten. Eieieieiei. Eintriff habe ich noch da reingesinkt. Das wird jetzt kein Sieg wahrscheinlich. Dafür haben wir zu viel. Acht, zehn. Na, Panzerfahrj ist halt, ja. Stark gebeutelt. Der T-34, der T-34, der macht wieder raus. Das war aber ausgenommen. So. Somit war. Aber. ich kann nicht Die Höhlen Die Höhlen Die Höhlen Die Höhlen Die Höhlen Wie ist das? Ich habe das einen und genau und das war's gerade jetzt habe ich mal doch ein bisschen schaden verteilt und hat nicht gereicht habe mich auf blöd da eingestellt muss ich sagen ja na ja aber im schluss der folge bester sogar im team nicht schlecht nicht schlecht aber aber das nächste gefecht